Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer... Bist du betrunken? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer... Zuschauer... Sag einfach hallo und herzlich willkommen hier zu Dark Souls 3. Hallo und herzlich willkommen zu The Ringed City hier auf Red Butterfly Gaming. Das ist nicht mehr Dark Souls 3, das ist die umringende Stadt. Hier auf Red Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm und hier neben mir, dem Lord. Bist du... Alter! Wieso verwechsel ich das öfters? Ich weiß auch nicht, du hast irgendwie hier heute einen Wurm drin, oder? Aha. Oh Gott. Oh Gott. Oh gut, so wenig Schallen machen die jetzt aber auch nicht. Nein! Nein! Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Oh. Ja, Alter, der Boss ist doch easy. Alter, siehst du das? Weißt du, er kann nix. Kann nix, kann der nix. Nix können die, ja. Nix. Easy, Junge. Ja. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Der Dämon tot ist jetzt. Steht nur da einer auf oder beide? Der Mondbrinz. Der Mondbrinz. Jawohl. Was auch sonst. Nix können die, nix. Das ist doch typisch. Ja, ist klar. Du, Wixxer! Was für ein Arschloch. So ein Arschloch. Also ich... Nehmen wir es mal hier weiter. Boah! Mann! Ach, du Scheiße! Okay. Verdammt noch mal! Ach, sssst. Ah, thank you. Most sincerely, I swear upon my birthmate, that I am your friend. No matter what might come out, no matter what I was, if you would do me the honor, allow me to be a true friend, always. Love. Oh, finally, you've come. Jetzt, it's a lovey Petrus. Now I know exactly who I was. And for that, I'm a little thanks to be giving. Go this way and peep past the broken staircase. Some awfully fine treasure just sitting there all alone. It'll change your life. Das ist so ein... Wow! Weißt du? So ein... Oh, wie geil! Oh, stimmt. Das gab's den Detail ja gar nicht, dass Patches uns getreten hat. Die hat uns ja nur die erste Brücke... Ja, guck, ihr sitzt jetzt auch wieder da, wie Patches. Ja, die Patches, okay. Ja, die Patches, okay. Ja, die Patches, okay. Ja, die Patches, okay. So, ich sage es wieder und wieder. Geh diesen Weg. Und peep past die broken staircase. Wuhh. Boah, jetzt kommt gleich bestimmt wieder irgendwas... Boah, ohne Spaß, das wird so geil. Ja, eine Cutscene kommt jetzt bestimmt wieder, wo er ins Tritt. Boah, da muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich ausflippe verfreit davor. Boah, wie geil ist das denn? Boah, jetzt kommt's. Okay, ich gehe da hin. Boah, ich gehe da hin. Ich weiß nicht, dass wir es nur wie wir sind. Ich stehe dich in meine Wurme. Eine dunkle, dunkle Seele zu dir. So geil. Weißt du, aber... ja was doch kommen wir sonne waren das wäre natürlich geil jetzt auch zu schön gewesen die zwei das gut für unseren charakter das ein wunder das hier wo geht sein was glaubst du ich will ja ich will auch sehen bestimmt irgendwas geiles quatsch irgendwas nein das ist jetzt der drache ist vielleicht ein optional was ist gar kein boss der ist tot glaube ich musst du die schnauze aufmachen schwarzfrasse ja genau ja komm noch ein bisschen mehr gleich hast du mich komm fick mich doch noch ins arschloch du blöder wichser ey verrenke verdammter bastard das ist aber schluss mit lustig ey man du hast sie doch nicht mehr alle ja willst du Junge ich fick deine mutter und deine kinder alle ins selbe loch ey ich weiß nicht welche von den beiden posten das größere arschloch ist ich weiß nicht welche von den beiden posten das größere arschloch ist alter das war knapp pass auf kollega das war gerade richtig knapp jetzt die folge schlägt zu Ende warum sagst du nix wir sehen uns das nächste mal wieder zu dark souls 3 the ring city hier auf red butterfly gaming vielen dank fürs zuschauen bis dann das war gerade so gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020